Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen. Jogi ist mal wieder back am Stüssel für euch. Heute wieder vom Hof Kneisel, unserem Realismus. Selbstversuch hier auf der Ellerbach V2 im Privatumbau. Willkommen zu einer weiteren Wir finden uns am neuen Hof ein. Ich glaube, wir haben jetzt so drei, vier Folgen ungefähr gebraucht, bis wir ungefähr angekommen sind. Wir haben schon die kleinen ein, zwei Tätigkeiten getan. Jedoch sind wir noch nicht fertig. Denn wir müssen als nächstes, damit wir einfach wieder auf den Stand kommen, uns die Bodenproben noch organisieren. Einmal hierfür. Die kosten nämlich auch schon ein kleines Vermögen. Und hier drüben. Somit haben wir unsere Bodenproben auch wieder am Start. Das heißt, als nächstes müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Ich weiß gar nicht, was ist offen der 114 drauf. Ich habe beabsichtigt, dieses Quadratische gekauft. Ich will da nochmal so ein bisschen meine Fahrgastenthematik intensivieren. Was haben wir denn da drauf? Weizen. Weizen im Wachstum, das ist okay. Das nehmen wir mit. Und apropos Fahrgastenthematik. Nochmal ein bisschen auffrischen. Es ist so, und da habe ich irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe mich ja so ein bisschen versteift in die Thematik, es muss alles in dieses Fahrgassenraster passen. Und das stimmt eigentlich gar nicht. Denn mit dem Güllefass, habt ihr mir zumindest gesagt, und im Nachhinein ist es ja eigentlich auch so, bin ich noch nie auf eine Frucht drauf gefahren. Also, die schon gewachsen ist. Und das soll man ja auch nicht. Deswegen ist es eigentlich relativ egal. Bitte korrigiert mich, falls da falsche Aussagen sind. Aber eigentlich ist es egal, was für eine Arbeitsbreite ich nehme. Und das spielt mir natürlich in die Karten. Denn da haben wir nämlich auch noch einen Punkt, was wir dann verändern wollten. Denn wir verkaufen dann das Güllefass nämlich als nächstes. Das ist ein kompletter Umbruch. Verkaufen. Wir kriegen nochmal 47.000 dafür. So, dann lassen wir uns aber direkt mal eins herbringen. So, und zwar, jetzt weiß ich bloß nicht, ob das Menü ready ist. Ich weiß, ich habe eins vom Fapsel bekommen. Ich bin mir bloß nicht mehr sicher, ob das dieses ist. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall die 14 Kubik. Und das passt soweit. Kaufen für 65.000. Und da dazu ein 6,2 Meter Schleppschuhgestänge. So, dann haben wir nämlich das auch schon erledigt. Das heißt, auf das Einzige, wo ich achten muss. Wir haben ja hier die 4 Meter. Genau. So, die 4 Meter heißt entweder 12 Meter, 16 Meter oder 20 Meter. Mir wäre na klar, sowas am liebsten, wo ich keine halben machen muss. Das heißt, 20 Meter oder 28 Meter. Was haben wir denn da spritzentechnisch? Weil dann ziehen wir es jetzt einfach glatt. Weil da waren wir ja noch nie so wirklich zufrieden. Was haben wir denn da Schönes? Weil ich hätte da gerne schon irgendwie was Feines am Start. Sowas wollte ich schon längst mal machen. Mit 24 Meter. 24, das wäre halt mit den halben. Dann müsste ich halt eine halbe machen. Oder haben wir die in 30 Meter. Warum nicht in 28? Ich frage für einen Freund. Die hier würde gehen mit 28. Aber ich will ja auch mal optisch was Schönes haben. Haben wir sonst? Die ist aber mit halbreiten Abschaltungen. Ich will natürlich, wo wirklich nur das Gestänge insgesamt 28 Meter ist. Ist jetzt nichts Schönes. Ist jetzt zumindest nicht meins. Ich habe halt das Problem, wenn es wirklich 30 Meter lang ist, dann habe ich ein Problem, wenn ich da irgendwo hängen bleibe. Wisst ihr, wie ich meine? Am Feldrand. Wenn da irgendwo was ist. Deswegen hätte ich da schon gern. Aber ich glaube, meine Felder habe ich. Jawohl. Hier hätte es zum Beispiel im schlimmsten Fall schon das Problem. Wenn das Gestänge hier bis raus steht. Ja. Ja. Wisst ihr was? Wir machen es so. Doch das, dass es ja eh jetzt ein Hofumbruch ist. Dann machen wir auch einen ordentlichen Umbruch und versuchen mal wieder was Neues. Wir gehen auf die 4 Meter und 24. Das bedeutet, wir müssen erstmal eine halbe machen, bevor wir eine ganze machen können. Also die Nummer 6 ist unsere Glückszahl auf 24 Meter. Das bedeutet nämlich, dann können wir nämlich diese hier nehmen. In Pflegebereifung. Die kaufen wir uns. Dann brauche ich immer noch einen Düngerstreuer. Wie viel hat der? Der hat sogar 24. Das ist schon mal gut. Wenn wir noch einen schöneren finden, würde ich auch nicht Nein sagen. Düngerstreuer. 42, 42, von denen her bin ich jetzt nicht so der Feen. Dann würde ich sagen, lassen wir den hier erstmal. Dann sind wir nämlich hier auf jeden Fall auch wieder eine Nummer größer. 4 Meter. 24 Meter. Egal. Das freut mich schon mal. Okay, das heißt, wir können eigentlich das Ganze dann mal aufräumen. Somit haben wir wieder ein bisschen, wie gesagt, so einen kleinen Umbruch am Hof. Und dennoch wieder neue Herausforderungen. Gerade mit der Fahrgasse. Weil das Problem ist ja, also Problem. Meine Drille, die Amazone, die hat ja keine Möglichkeit irgendwo die Hälfte abzuschalten. Deswegen wird es, glaube ich, auch nochmal spannend, mit der zu arbeiten, wenn wir das Ganze händisch machen. Wenn das nachher nicht perfekt ist, ist es ja nicht schlimm. Wir müssen nur dran denken, erstmal die Hälfte zu machen und dann nochmal drüber zu fahren. Dass wir halt versetzt hinkommen. Ich hoffe, ihr seid da soweit d'accord mit mir. Hier, wissen wir, ein bisschen Dreck und ein bisschen Abnutzung. Das muss ja schon aussehen wie Jahr und Tag. So, kriege ich die hier vielleicht reingedrückt da hinten rein. Ich weiß nicht, ob das von der Höhe her reicht. Wie gemacht für uns. So. Ich muss echt sagen, ich bin so dermaßen zufrieden. Mit dem ganzen Projekt, auch jetzt mit dem neuen Hof, bin ich auch sehr zufrieden. Kleiner Umbruch wieder. Es fühlt sich nochmal frisch an. Neue Herausforderungen und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird ganz cool, wenn wir Richtung 200 Vollen gehen. 200 Stück, ne? So, guck mal, den lassen wir uns einfach mal hier stehen. So, und dann können wir nämlich den hier noch startklar machen. Das Pack ist jetzt by the way raus. Klar, wenn ihr das Video seht, ist das schon seit einer Woche draußen. Aber wer es noch nicht mitbekommen hat, hier dieses Deutzpack von den Dudes. Ist nun released. So, dann können wir das nämlich hier schon anlocken. Wir testen es gleich, ob das Menu ready ist. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze noch gestalten. Ja, da sehe ich jetzt da klar nicht wirklich hin. Wäre gar nicht so verkehrt gewesen. So, und das passt soweit. Dann können wir das, glaube ich, hochlassen. Fragt mich bitte nicht, woher ich das Ding habe. So, ich glaube, wir werden den umparken, irgendwo hier hin, dass wir hier die Durchfahrt machen. Und dann können wir nämlich hier unseren Schlauch einstöpseln. Hier und dann nachher eventuell hier irgendwo die Halterung. Gucken wir mal, ob der das hat. Was anderes. Ja, das ist immer... Es bleibt so ein bisschen Erfremelarbeit. Okay, der hat auf jeden Fall noch kein Menu. Muss ich nochmal gucken, welcher das war, wo Menu ready ist. Jetzt müssen wir dann klar schauen, ob ich den trotzdem befüllen kann. Lass mal kurz bei den Tieren reingucken. Haben wir da schon Gülle? Beziehungsweise wir wollten ja eh Gärreste machen. Pass auf, dann müssen wir mal schauen, ob wir da Gärreste reinpumpen können. Das ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so sportlich, die Ausfahrt. Zumindest von der Breite her. So, dann können wir hier hinten hin. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen, ja. Das Vorfahrtsschild ist ja wegen O geschickt. So. Wir probieren es erst mal so. Ja, das geht zumindest schon mal so. Das freut mich schon mal. Okay, dann müssen wir nämlich schauen. Auf unsere Wiesen. Das wäre eh eine geradeaus hintere. Das ist schon mal super. So, machen wir gleich noch ein feines Bild. Ich muss bald mit der Sonne hier. Das sieht man fast nichts mehr. Okay, müssen wir noch hinhaben. So, dann gucken wir mal. Ist das schön. Da vorne ist schon unsere erste neue Wiese. Neue Begebenheiten. Gucken wir mal. Dann fangen wir nämlich gleich oben an. Landwirtschaftlicher Verkehr. Wir dürfen noch. Immerhin haben wir hier oben einen guten Handyempfang. So, dann können wir direkt ausklappen. Da haben wir jetzt noch mal wieder ein bisschen kleinere Arbeitsweite wie beim letzten Mal. Aber ich wollte schon längst mal wieder so... Oh, shit. Okay. Ja. Hallo, Chaos. Das wollte ich jetzt na klar nicht. Ich hab gedacht, das ist ein Schleppschlauch. Oh Gott. Ihr wartet mir das bestimmt schon in den Kommentaren reingeschrieben haben. Oh nein. Er zerstörte die Wiese. Das war jetzt aber so auch nicht geplant, ne? Ich dachte, das ist ein ganz normales Schlepp. Aber ja, okay. Man müsste es halt auch angucken, ne? Das war ein Satz mit nix. Das wollte ich so nicht, mein Freund. So nicht. Ei, ei, ei. In solchen Momenten würde ich mir echt wünschen, ich würde das öfters mal im Livestream machen, wo ihr mir direkt so reißenleine... Nein, tu das nicht. Aber das Kind ist jetzt schon wieder der Brunnenangfall. Ein Heiligsblech. Jetzt hab ich gedacht, jetzt haben wir endlich wieder ein schönes Gillefass. Aber dann ist das nämlich auch nicht das vom Fapsel. Das ist schon mal gut. Dann müssen wir das nämlich austauschen. Da haben wir auf jeden Fall wieder was zu tun. Ich hab mir jetzt nämlich fast schon gedacht. Ich hab mir nämlich irgendwie im Hinterkopf, dass es nämlich Menü-Ready ist. Kann ich das wieder zurückpumpen? Wahrscheinlich so nicht, ne? Aber ist auch nicht so tragisch. Ähm, hier müssen wir noch ein bisschen kurz glätten. Das hab ich grad bei der Abfahrt gemerkt. Das ist noch nicht ganz so. Also wir sind noch nicht angekommen, ne? Das merkt er. Aber das wird schon. So, und dann machen wir das wieder ein bisschen vertuschen. Seht ihr? Schau haben wir es vertuscht. So, so muss das. Da pfuscht das Kammer halt. So. Gut. Freunde, ähm, ja. Ihr wisst, was wir zu tun haben. Das hier muss geändert werden. In dem Sinn. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich beim Gülle ausbringen. Macht's gut. Bis dann, bei Jogi. Ciao.